Nein! Es gel... Nein, Creeper! Oh, fuck. Ah, noch ein Herz, noch ein Herz! Nein! Egal, ist hier ne Hö... Oh, Höhle! Hm? Ah! Eine Fledermaus, Fledermaus, ja, das ist diesgeil, diesgeil! Oh, und das kann ich nicht abbauen. Aber das hier ist sicherlich. Guck mal hinter dir! Boom! Das bist du, oder? Ja. Irgendwie backtest du. Du verhungerst grad. Nein, wirklich! Ist mir egal, ich brauche. Hey! Komm! Wie fliege ich? Äh, keine Ahnung, ich glaub du kannst nicht fliegen. Ach, gleich, ich bin ne Fledermaus, ich kann fliegen! Ah, nein! Scheiße! Wer braucht schon nen Jetpack? Ich glaub, wir sind gleich tot, zumindest ich. Wenn du mir jetzt nicht hilfst. Ja, in nem Moment doch. Das Uran kann ich nicht abbauen. Ey, da ist noch eine Fledermaus, die will ich! Da-dam, da-dam! Nein, das bin ich! Ach so! Ich will nicht! Du schlägst du mir! Oh nein! Ah! Guck ob ich hier Essen bringen kann! Da ist was! Da ist ein Spinnen! Okay, jetzt sehen die Schafe halbwegs normal aus. Zau ohne Fresser, aber okay! Oh, Eisen! Was kann denn so die Fledermaus? Fliegen mehr nicht! Ja, ja! Ach gut, da geht's raus! Da geht's raus! Das ist schon mal ein bisschen sicherer! Was anderes als Fledermaus werde ich jetzt eh nicht mehr benutzen! Ja! Dann kannst du ja einen einen Block breiten Dingsbums bauen! Gang! Oh Gott, geht das hier weit! Und überall Kupfer! Ja, was hab ich hier? Iron Ore, Copper Ore... Ah, Eisen war das! Oh, was ist denn das? Tin Ore! Ja, das ist auch... Oh ja, Tin ist wichtig! Für Tin Cable! Äh, nein! Für ne Batterie! Oder Batterien, genau! Und da rausbaue ich dann meine Kohlekraftwerke! Oder Geothermalkraftwerke! Ja! Wir brauchen ihr... Gibt's eigentlich die Teleport-Pipe? Äh, guck mal! Einfach nach! Nach Items! Ja! Pass auf, ich komm an dir vorbei! Töte mich nicht! Teleport... Äh... Endertank gibt's den! Ach, das ist so nice! Nee, aber ne Endertest! Ja, theoretisch kann man ja Lava-Eimer von Endertest nach Endertest! Ja! Teleportieren! Mach's fuck, wir brauchen mal zu essen! Ja, echt! Da oben! Oh Gott, warum sind die unsichtbar dafür? Wie viele Minuten haben wir eigentlich schon gespielt? Nicht lang! 17! Ah! Ja! Wieso? Speicher schon voll? Nein! Ja! Guck mir nämlich jetzt mal ganz ganz kurz! Pornos an! Äh, nö! Der Speicher an! Den ich noch hab! 19,7 Gigabyte hab... Äh, ne! 17,9 Gigabyte hab ich noch frei! Es ist nicht grad viel! Nööö... Für das hier nur 17 Minuten auch. Ah! Ah, ich kann die Cookies bringen! Hier sind irgendwo ganz viele Gegner! Und das sind Packeln! Ja, die habe ich gesetzt. Ich kann die 8 Cookies bringen. Helft die dir? Wahrscheinlich nicht, aber ich baue jetzt hier noch ganz kurz das Abrappuchschaf. Verkruppeltes Schaf. Kann auch sein, dass der Morph-Mod auf dem Server rumspinnt. Äh, vielleicht hätte man den noch drauf lassen sollen. Ah, ein Skelett. Ach, Melon. Da ist ein Skelett. Ich habe das genau gesehen. Zack. Oder vier Melonen. Yeah, ich habe ein Skelett getötet. Ey, du Schaf. Weg von der Farbe. Ja, irgendwie ist mal als Skelett unsichtbar. Das finde ich auch toll. Okay, wir müssen irgendwas davon tun, ja? Ja, wir müssen noch irgendwas machen dann. Egal, ist ja gleich schon ein Ende. Und ein Schaf hat es mein... Einen Melonenwelt kaputt gemacht. Du gehst dann nicht hin. HW. Das ist ja alles top secret. Keine Ahnung, wo ich hier bin. So, keiner darf ran. Also, an Kupfer mangelt es uns nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ich bin gleich tot. Ich höre über alles spinnen. Kohle. Als ich hau jetzt gleich mal ab. Ja, ist ja nicht schlimmis. Geht das auch noch mit da rein? Das wird jetzt immer hellert diese Stimme. Welch meine? Nein, das ist die Spinne. Ich spreche auch so. Nein. Klar. Diese Spinnenstimme. Jetzt hab ich... Oh Gott, das ist jetzt Nacht. Was? Ja. Nein. Das gilt. Ein Creeper. Oh fuck. Ah, noch ein Herz, noch ein Herz. Nein. Nein. Oh Gott. Auf, los. Tag, Tag. Geh ins Bett. Ja, okay. Ich hab bloß doch... Boom, dann. Geh ins Bett. Ich will das Ding gehaben. Ja, ich bin den Bett. Komm schon. Ein Babyzombie. Hilf mir. Ich hab keinen Schmerz. Gar nichts. Ich kann... Ja, wenn ich wüsste, wo du bist... Ja, ich bin einfach von dir Richtung Osten gelaufen. Pass auf, ich kann mal als Fleder machen. Hopp. Bleck grad. Ja, los, geh ins Bett, geh ins Bett. Na, jetzt auf einmal, oder? Ach, du bist über mir. Nein, dann will ich da rüber. Ich will mein Zeug, wir haben. Jetzt... Bett. Nichts anderes. Heier machen. Nein. Zeug haben. Zeug holen. Ich kann mich nicht morphamieren. Ah, doch. Morphamortieren. Komm, schnapp sie dir. Toll. Ja, dort ist noch ein Zombie. Wo war ich jetzt? Wo war ich jetzt? Geh ins Bett. Ende. Ah, dort. Vielleicht hätte der Morph-Mod mit in den Mod... Mods Ohren aufzürgen musst. Bestimmt. Oder wir müssen ihn rausschmeißen. Weil er an der Beta liegt. Ah, da ist dieser... Zum... äh, dieses Skelett. Geh du einfach ins Bett, man! Nein! Ich spring jetzt da runter. Okay, dann halt nicht. Deine Rette in Not kommt. Ja! Jetzt nix wie raus hier. Hast du dein Zeug? Okay. Ja, ich hab Ärzte alles. Ich kann dir gleich Melonen geben. Nix wie raus hier. Ich hab schon wieder bloß noch... Ah, einen Halbherzen. Aber ich glaub, wir müssen eher den Morph-Mod runter. Ja. So schlimm ist es ja auch nicht. Nee, dann hätte... Dann hätte... Warte, ich komme hier. Dann hätte das Jetpack auch einen... Warte, ich wollte gerade Essen geben. Ja, Essen, 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 Essen. Ich würd sagen, dann beenden wir hier die Aufnahmen. Oh, danke, danke, danke. Fünf Melonen. Herzlichen Dank. Meinst du, ich kann Essen scheißen oder so? Du hättest die vielleicht anpflanzen können. Aber immer noch besser als nix. Nein, jetzt kommt da ein Zombie angelaufen. Oh nein, wir müssen erst noch sieben Minuten machen. Ah! Spinne, 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 Spinne. Zwei Zombie. Wo ist mein Schwert? Nein, ich will... Nein, ich hab mein Schwert weggelaufen. Drei Zombie... Oh Gott, Alter. Wie ein Kleinkind. Die Zombies sieht man jetzt nicht. Mann, das ist doch wirklich blöd. Okay, ich glaub, wir machen gleich den Morph-Mod raus. Ich glaub nicht gerade gegenseitig. Also kaum noch. Ich holg alles auf. Ah! Nein, das warst du! Ja, du bist... Du bist ein Zombie, Alter. Hey, ah ja, das kann sein. Guck mal wer ich jetzt bin. Oh, das bringt bloß Probleme, Falte. Okay, der Morph heute ist in der nächsten Folge raus. Jetzt pennen, ja? Oh, ich bin spät. Du kannst nicht resten, jetzt bist du in Morph. Ja, jetzt geht's. Gut, ich warte mal. Jetzt hab ich an meinem Haus Punkt zwei... Da ist ein Zombie gewesen. Ach, da ist sowas Unsichtbares. Okay, es ist beschlossen. Ja, ich würd sagen, ich mach'n. Wir beenden jetzt das Ding. Inno Momento. Ah, man sieht bloß noch, wenn die brennen. Da ist irgendwo noch... Oh! Oh Gott, Alter! Einer, der Undertale, das sieht gar nichts! Siehst du den? Uut, tattacke! Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat-Rat... Okay, der Morph-Mann kommt rund. Ich seh' mich selbst jetzt nicht mehr. Bin ich, was bin ich denn jetzt? Hey, warum krieg ich jetzt Schaden? Oh Gott. Oh Gott, ja. Best ever. Oh Gott. Ah! Das bin ich. Nein, nein, nein! Riepa! Nein! Ja, okay, ich würd sagen, dann machen wir hier jetzt mal eine Pa... Oh, ich hab eine Kartoffel bekommen. Geil, das ist nice. Das ist gut, das ist gut. Meine Essensversorgung ist endlich gesichert. Also, das darf ich der nächste Folge wohl zubauen, oder? Japp. Äh... Japp. 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 Mhm. Okay. Das ist wieder auf jeden Fall lustig, das LP. Hm, ich hoff's. Wir werden natürlich auch produktive Sachen bauen, oder? Ja, wie eine Rakete. Oder ein Penis. Okay. Aus Erde. Obwohl... Äh... Fuck. Wuhuuu! Ey, das hört sich doch grad an. Ja, okay. Dann beenden wir das mal. Ich hoffe, dass mein Festplatz jetzt noch ausreicht. Ah, ich hab nen längeren... Hahahaha. Hm. Okay. Dann sag ich... Dann sag ich mal bis zur nächsten Folge. Bei mir auch. Bio Intern Wind Wortmutter Ordnung